Hallo meine Freunde, was geht ab? Hier ist wieder P.D. mit dem nächsten Part zu Blattgrün Armageddon. Okay, im Part davor haben wir Moorlord besiegt gehabt, bisschen von der Nuggetbrücke erledigt und Queen auf Level 29 gebracht. Und bringen das auf diesen Part auf Level 30 und entwickeln das auch noch. So, ich habe nebenbei Käse-Sticks hier liegen. Irgendwie kommen nur Gegner, die entweder Krah oder Blue Lantern besiegen können. Aber okay. Oh, der ist schneller. Na, Bock nicht, okay. Den knicken wir auch noch weg. Wer fällt in Rase rein? Verfällt gleich erstmal im Tiefschlaf, mein Freund. Oh je. Das tut weh. Was machen wir jetzt? Falls er nochmal einen Geowurf macht. Den überleben wir nicht mehr. Oh, ein Kreuzhieb. Oh mein Gott. Unvergiftet. So muss das sein. Okay. Komm schon. Na, Queen darf halt nicht sterben, weißt du, was ich meine. Ist halt so dick. Junge. Ich glaube, das hat er verreckt an Gift, ey. Kreuzhieb, ey. Wo lebst denn du, Mann? Warst du viel des Guten, ey? Warst du viel des Schlechten, Mann? Geh mal wieder campen, ey. Geowurf und Kreuzhieb, ey. Wo lebe ich denn? Kanto oder was? Ja. Das bumsen wir jetzt alles weg, okay? Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle fünf Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Nuget erhalten. Okay. Okay, der will, dass wir Team Rocket beitreten. Was ist da los? Guck dir den an. Falscher Sprite. Sprite und so, okay. A-Bock und Golba. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Stopp trinken, bitte. Ja, alles klar. So. Wie können wir das jetzt besiegen? Gucken wir mal. Ist Queen vielleicht schneller als irgendjemand? Ja, Blue Lantern. Blue Lantern ist schneller als jeder andere auf der Welt, von daher. Das wollte ich machen, okay? Nicht cool. Oh. Oh, ist es jetzt? Oh, wir machen die Attacke, die der andere auch macht, ne? Verreckt doch dran, ey. Immerhin hört Blue Lantern auf mich. So gehört sich das, mein Freund. Mhm. 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 Ja, genau. Wenn ich den Flinsch jetzt überlebt hab, boah. Ähm. Ja. Wie wär's, wenn ich das mal mach? Hier. So, auch mal ab. Ich weiß, wie das ist. Andere immer zu verwirren hier. Mhm. Mhm. Jetzt werden die von einem Arbok und Golbert auseinandergerissen. Ach so. Und ich dachte schon... Oh, ja stimmt. Der Funkensprung voll vergessen. Nicht mal verwirrt. Hier, geh sterben, ey. Geh fischen oder sonst was, Mann. Äh, flügelstark. Äh, äh. Oh, wenn Queen das überlebt... ...wird gar nichts mehr gehen, ey. Komm, hier. Verreckt dran. Dankeschön. So gehört sich das. Kreideschrei. Oh je. Sieht komisch aus, aber okay. Komm schon. Ja, Mann. Nice. Und noch Queen. Letzter Schlag und so. Ui. Hab gehört, du erreichst gleich Level 30. Ui. Hab gedacht, ich werfe dir dann Mondstein ins Gesicht. Ui. Damit du BH bekommst. Ja, ja. Nuggetbrücke geschafft und so. Cooler Shit. Erstmal Highlink. Gucken, wie viel EP Queen noch braucht. 182. Das ist ja cool. Ja, das machen wir da oben. In dem Grasfeld. Mal gucken. Route 24. Boah, ich lauf grad saubesoffen. Makro-Item. Na? Na? Ja, Mann. Ja, Mann. TM-45. Anziehung und so. Ich hab deine Vorstellung aus dem Gras. Ja, klar. Ich schubse dich gleich wieder da rein, Junge. Bruno. Kuno. Kuno. So. Geschieht dir recht, Mann. Ich bin schneller. Passiert, wenn man geiert. Zeig ich dir, was passiert, wenn man gewinnt. Okay. Guck mal hier. Kann ich mir mal ein bisschen was vorzeiten. Guck mal. Ja, glaubst du mich an, damit ich Schiss von dir bekomme? Der kann den machen. Denk, guck, deine Ratte ist jetzt tot. Queen Level 30! Ja. Noch Zandama. Like this. Einmal Sandwirbel und die Welt geht daneben, ey. Unglaublich. Gibt dir ein bisschen Sand ins Auge? Thaddeus! Ich bin blind! Aaaaaah! Na klar. Ja, ich hab wohl doch nichts gesehen, Herr Rokos Sohn oder was? So, okay. Mondstein hier. Ach, es bringt nichts! Schön. Kommentier ich jetzt mal nicht. Bitte nicht sagen, warum. Ich trainier's einfach. Kein Ding. Oh, ein lecker. So ein Elekoro wär schon schwach. Deswegen, nächstes Teammitglied. Komm schon her. Äh, Sabberfresse. Mal was Gescheites. Komm, was ist denn das hier? Geh mal weg, du Lederaffe. Voll die Affenkacke, ey. Ein gescheites Teammitglied hier, Mann. Nicht dein Ernst. Geh mal weg, Lubschi, hier. Ah. Unglaublich, ey. Ein Yanma. Scheiß mal auf vierte Gen, ey. Wär cool im Team gewesen. Aber nein. Ah. 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 Danke. Ah, Sonnenkirch. Ey, unglaublich. So, fertig gegessen. Jetzt geht's ab hier. Okay. So. Schauen wir noch ein Teammitglied hier. Noch zwei. Weil alle guten Dinge drei sind. Und das jetzt eben hier eins. Ey, was? Flucht unmöglich, Mann. Affe mit aufgeblasenem Gummihandschuh hinten dran. Geh mal weg hier. Geh mal schön weg. Äh. Boah. Verfolgt er uns, oder was? Hau mal ab. Unmöglich, Mann. Ich frage mich echt, was daran unmöglich ist, wenn ich mein Pokémon mit diesen radioaktiven Strahlen wieder zurück in den Pokéball da reinsaug. Oh, kann ich fliehen? Weil der Affe in den Strahlen reinspringt und die Verbindung dann kacke ist, oder was, ey? Zieh mal ganz schnell ab. So. Ach, geh ficken. Ganz ehrlich, ey. Weg mit dir. Ich trainiere ja jetzt weiter. Wir geiern uns im Teammitglied, wenn eins kommt. Oh, Route 25. Und direkt reingerannt. Ja, ich komme vom Mondberg. Ich komme vom Mond vielleicht. Ich komme vom Berg hier, Kasper. Ist nix so mit Maschhocken-Kamerupt. Mein Kumpel hier. Guck mal hier. Wann mal so. Wann mal so. Vierfach schwächt schon so, ne? Ja, tut weh, ne? So ein One-Hit auf einen Kamel. Ich bucke es einen Kamel an, das kippt um. Ah, muh. So. Und Flinch. Nope. Nope. So rum. Damit er ja nix macht, ne? Hier Vergeltung und so, von wegen. Okay. Er wollte es nicht anders. Wir besiegen den jetzt. Boah, ich dachte schon, ich bin paradisiert. Funken-Sprung for the win und so, ne? Okay. Ich will kein Ding machen. Das ist erstmal geil, wenn man was hier alles rumgammelt, okay? Ja, ich glaube aber das Gleiche, ey. Wäre doch cool, wenn hier auch andere Sachen geben würde. Sabber, Maul, ey. Okay. Wir rennen mal jetzt einfach zurück hier. Na, kein mit dir. Okay. Hunger, ich könnte was essen. Ich glaube, ich machen wir gleich einen Toaster. Einen Toaster. Mit meinem Spezialrezept. Das Gleiche hat auch schon Orgasmus bekommen, als er den gegessen hat. Ich glaube, Freaky habe ich auch mal so einen Toast gemacht. Und TK hat das auch schon. Ninja Tom. Level 85. Na klar. Warum nicht? Allein aus dem Grund, weil ich jetzt sowas von Bums, das glaubt er mir gar nicht, ey. Oh, du Meisterball, ey. Was ist das denn für eine Affenkacke, ey. Verreckt mal. Ganz schnell, okay. Ninja Tom. Level 85. Komm. Stirb mal. Was hat das... Ja, okay. Macht halt nicht. Ja, mach ruhig nachspiel, ey. Kein Ding, mach nur. Du verreckst doch dran, ey. Scheiß mal auf die AP von Schnabel, die wir brauchen, um Skaraon zu killen. Kriegen wir auch so hin. Ja, komm mal hier. Nachnebel und so. Ninja Tom. Level 85. Klar. Wer macht denn schon so hohe Pokémon bei einem Trainer rein? Boss, kleine Hommage an dich. Und wieder zurückrennen. Ja. Ich kenne fast jeden einzelnen Kieselstein auf dieser Strecke auswendig. Ich kann anfangen, den Namen zu geben. Ja, Palabra, Palabra, Palabra. So. Dankeschön. Ja, komm her. Ich habe in Oranje mit meinem Paps auf der MSN ICQ-Daten ausgetauscht. Komm her, Emil. Ich zeig dir mal was. Ah, Lamu. Ah. 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 Passt gerade zur Fresse von dem. Ah. Ah. Lamus. Hallo. Ich bin Lamus. Ich bin erst intelligent, wenn mir eine Muschel in den Schwanz beißt. So. Weg mit dir. Dankeschön. Queen Level 31. Sehr schön. Gefällt mir. Attacken lernen wäre auch cool. Ich gucke mal Poké Wiki gerade nach. Und darf nebenbei mal wieder zurückgeiern, ey. Weil ich habe keinen Bock die ganzen Tränke einzusetzen. Lauf gerade, verdammt. Ah, komm schon. Okay. Guck mal hier oben. So. Was haben wir? So. Nie. Ach, guck dich doch, Mann. Augenblick kurz. Nie. Dorina. Nicht Nidiorina. So. Jetzt öffne das mal schön. Okay. Weiter geht's, Gebumse hier. Komm her, du. Was auch immer du hast. No, ein Kampf cool. Alvaro. W35. Ja, es wird langsam anspruchsvoll, nenne ich es mal. Weil der erste Arena-Leiter war halt ein bisschen flach.